Ich freue mich schon, das Wetter ist schön, es wird sicher eine super Veranstaltung. Ja, Bergrennen ist immer schwierig und mit den 22 Prozent hat es der Berg in sich. Aber jetzt hättest du hinter. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist zuerst eigentlich sicher die 22% Steigung, also das ist ein Wahnsinn. Ich hab mir gedacht, ich lass mich da nicht auf die Spielchen mit den anderen ein, weil wenn da Tempoverschärfungen immer wieder sind, dann fahr ich lieber meinen Stiefel herauf. Wer das Kitzbühlerhorn bestreitet, ohne abzusteigen, ist wirklich ein Sieger. Zum 10. Mal heroben und zum 10. Mal ohne abzusteigen, das ist einmal das Wichtigste. Hart war es, hart. Wir haben alle wieder gut heraufgebracht und sind stolz auf unsere Teilnehmer. Ich bin zufrieden. Gratulation, tolle Leistung. Danke. Ich bin zufrieden. Das ist eine große Einstädte.